Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um ein Thema, was mir sowieso am Herzen liegt. Und zwar, wenn ich selbstständiger, Unternehmer oder irgendwie Karrieremensch bin, was ist, wenn mein Partner sagt, geh doch mal vom Gas, schalt doch mal einen Gang runter, sei doch mal mit dem zufrieden, was wir jetzt schon haben. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann abonniere gerne den Kanal, mach das Glöckchen an und dann bekommst du dreimal die Woche von mir ein Video. Zum Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft und vor allem immer mal wieder im Hinblick auf Menschen, die unternehmerisch tätig sind, selbstständig sind oder in irgendeiner Form wenig Zeit haben und viel Energie in ihre Tätigkeit stecken. So, kommen wir mal zum Thema direkt. Dieses Video ist so wichtig meiner Meinung nach, weil es ein unglaubliches Mindset-Thema ist. Also der Gedanke, der dahinter steckt, der wird dein Mindset hoffentlich beeinflussen. Ja, dazu möchte ich beitragen, damit, das große Ziel ist ja letztendlich, ich bin in Beziehung und Business gleichermaßen glücklich. Ich habe mir für dieses Video jetzt also drei Gedanken überlegt, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und fange jetzt gleich mit dem ersten Punkt an und da gleich nochmal einen Kommentar dazu. Das soll der kleinste Punkt sein, weil das ist nicht das zentrale Thema. Ich finde es aber wichtig, das nochmal zu bedenken. Punkt Nummer eins ist die Frage, wenn mir jemand sagt, geh mal vom Gas, bin ich wirklich faktisch überarbeitet? Weil, warum ist das wichtig? Wenn du die ganze Zeit aufgrund deiner Tätigkeit oder wie viel Energie und Zeit du da reinsteckst und du machst nie eine Pause, wenn du die ganze Zeit schlecht drauf bist, schlechte Stimmung verbreitest, gereizt bist, irgendwie Konflikte in die Beziehung trägst, die nicht nötig sind, dann ist dieser Punkt tatsächlich wichtig für dich. Weil, meiner Meinung nach, haben wir als Unternehmer, als Selbstständiger oder selbst als Angestellter, egal wer, als Mensch, haben wir die Aufgabe zu gucken, dass es uns gut geht. Denn nur wenn es uns gut geht, können wir was Positives und Gutes in die Welt raustragen. Stell dir das vor, du fliegst mit dem Flieger, das kennst du ja wahrscheinlich. Da ist immer die Aussage, sollten wir mal die Sauerstoffmasken runterfallen lassen, setze sie dir zuerst auf und dann einer Person, die Hilfe braucht, zum Beispiel einem Kind. Warum? Wenn du das nicht machst und gehst dann selber quasi K.O., kannst du keinem mehr helfen. Deswegen, sorge dafür, dass es dir gut geht und dann hilf anderen Menschen. Und deswegen ist dieser Punkt eins meines Erachtens nach, jetzt nicht der große Punkt in diesem Video, aber der ist unglaublich wichtig. Wenn du das Gefühl hast, ich bin unglücklich, ich bin sauer, ich verstehe gerade den Sinn meiner Tätigkeit nicht, ja, dann musst du auf jeden Fall daran arbeiten. Ja, und das ist dann von mir aus auch mal ein Thema eines anderen Videos. Wenn dich das interessiert, kommentiere das gerne mal. Wenn da ein bisschen was zusammenkommt, mache ich dazu ein Video. Ja, ich bin wirklich im Arsch. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Sinnhaftigkeit verloren. Darüber können wir gerne in einem anderen Video sprechen, wenn du das möchtest. Gedanke Nummer zwei, der da jetzt wichtig ist. Dein Partner oder unser Partner will in der Regel immer nur das Beste für uns. Und das musst du dir auch vor Augen führen, ja. Wenn mir sowas gesagt wird, mein Partner möchte nur das Beste für mich. Und jetzt ist die Frage, warum sagt das mein Partner? Warum sagt mein Partner das? Ist es zum Beispiel, weil mein Partner oder meine Partnerin Angst hat, dass ich meine Gesundheit kaputt mache? Ja, weil ich nie Pause mache. Ich schlafe nur drei Stunden am Tag und arbeite 21. Ja, geht es da um meine Gesundheit? Oder, zweiter Punkt, der extrem wichtig ist, geht es da um was anderes? Fühlt sich mein Partner vernachlässigt? Dann ist das eine ganz andere Herangehensweise. Ja, wenn das, dann bedeutet eigentlich die Aussage nicht, geh mal vom Gas, sei mal zufrieden, obwohl das der Partner dann eventuell sagt, sondern die Aussage ist eigentlich, lieb mich mehr. Bitte sieh mich. Hab Zeit für mich. Und das, Freunde, ist wieder ein ganz anderes Thema, was auch total von zentraler Bedeutung ist. Weil, ganz ehrlich, deswegen mache ich das ja, speziell für Unternehmer, Selbstständige und Menschen, die irgendwie eine große Vision haben, die sie umsetzen wollen. Wenn ihr nur in diese Richtung arbeitet und immer nur Energie und Zeit da reinsteckt, dann bricht das euch irgendwann weg, wenn ihr nicht drauf aufpasst. Und wenn euch das wegbricht, was habt ihr dann gewonnen? Dann habt ihr nichts gewonnen, ja? Und im Zweifel, wenn es euch schlecht geht, leidet dann auch noch euer Herzensbusiness. Und deshalb ist es immer unsere Aufgabe, uns um uns zu kümmern und um unsere Beziehung. Ich sage zu meinen Kunden immer, wenn du in deine Beziehung investierst, investierst du gleichzeitig in dein Business. Es ist wirklich so. Ja, ich war am Wochenende wieder bei Dirk Kreuter auf dem Seminar und wir hatten einen kurzen Dialog miteinander. Und Dirk hat das eins zu eins bestätigt. Eins zu eins bestätigt. Wenn es in der Beziehung kacke läuft, glaub mir, das hat Einfluss auf dein Business. Wenn du dir also im zweiten Schritt klargemacht hast, okay, mein Partner oder meine Partnerin will ja eigentlich nur mein Bestes oder unser Bestes. und hast dir dann klargemacht, was ist eigentlich das, was mir da kommuniziert wird. Dann geh die Schritte bitte, also tu das, was getan werden muss. Wenn die Subkommunikation eigentlich war, ich fühle mich ungeliebt, ich fühle mich vernachlässigt, dann tu was. Wenn du in den einfachen Weg wissen willst, wie man mehr Liebe in die Beziehung bekommt und dass der Partner sich mehr geliebt fühlt. Wir gehen ja einfach mal stark davon aus, du liebst deinen Partner, sonst wärst du nicht mit ihr oder ihm zusammen. Dann schau dir dieses Video an, das heißt die 5 Sprachen der Liebe, das ist so ein einfaches Konzept. Und das ist bis jetzt noch mein meistgeschautes Video. Und glaub mir, die meisten Menschen machen den Fehler, die schauen das nur, aber implementieren das nicht für sich. Deswegen schau dir das Video an und schau es dir von mir aus 5 Mal an. Und sieh zu, dass du rausfindest, sag mal, was ist eigentlich sein oder ihre Sprache der Liebe. Wenn er oder sie sich ungeliebt oder vernachlässigt fühlt, was ist denn genau das Ding, was dahinter steckt? Und dann bedien das. Und glaub mir, du wirst danach weniger diesen Satz bekommen, ey, geh doch mal vom Gas. Sei doch mal zufrieden. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3 und das ist meiner Meinung nach der wichtigste für dich und für deinen Partner, deine Partnerin. Mach ihm klar, wie wichtig es ist, weiter zu wachsen. Glaub mir, ich selber habe den Fehler gemacht und habe irgendwann gesagt, boah, ich betreue jetzt schon eine XY-Zahl an Kunden jede Woche. Ich muss ja auch nicht übertreiben. Oder Menschen sagen, Mensch, du hast schon so viel geschafft, sei doch mal zufrieden damit. Behalte immer im Kopf diesen Gedanken, ein Baum hört auch nicht auf zu wachsen. Ein Baum wächst immer weiter. Wenn du dir die Frage stellst, wie groß wird eigentlich ein Baum? So groß er kann. Der Baum wächst, wenn der nicht mehr wächst, stirbt er. Und das ist mit uns genauso. Das ist im Business genauso. Und das ist im persönlichen Wohlbefinden genauso. Das ist in der Beziehung genauso. Ich habe irgendwann mal, habe ich eigentlich ein Video dazu. Ich überlege mir das, das verlinke ich im Zweifel nochmal. Ich sage das ab und zu mal, du musst dich in deiner Partnerschaft, musst du weitere Meilensteine gehen. Du musst dich fortentwickeln. Weil wenn du stehen bleibst, dann entstehen meistens die Probleme in der Beziehung. Und das ist in deinem Business genauso. Das heißt, du musst dir selbst klar machen und deinem Partner klar machen, Schatz, ich habe Verständnis dafür. Du sorgst dich um meine Gesundheit und ich werde darauf achten. Lass uns doch mal überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Gesundheit da bleibt, auch wenn ich Vollgas gebe. Aber eins ist sicher, lass uns weiterentwickeln. Lass uns weiter wachsen. Und da ist jetzt auch nochmal für dich als Selbstständiger oder als Unternehmer wichtig, es geht nicht nur um dein Umsatzwachstum. Umsatzwachstum, Umsatz und das Einkommen ist natürlich eine tolle Metrik, eine tolle Zahl, woran du messen kannst, dass du wächst. Also das ist schon wichtig. Und von mir aus wächst auch jedes Jahr. Also der Chef und Gründer des großen Unternehmens, des Konzerns Wirt, der hat immer gesagt, ein Unternehmen, was nicht jedes Jahr mindestens 10% wächst, ist krank. Ist seine Meinung, steckt aber viel Wahrheit drin. Das heißt, überleg dir, wie kann ich weiter wachsen? Es muss ja nicht unbedingt noch mehr Kunden sein, aber noch mehr Kunden ist ein neues Wachstum. Aber kannst du jetzt, in meinem Fall, muss ich ja auch nicht unbedingt mehr Kunden haben. Ich kann ja auch sagen, okay, ich entwickle mich weiter, wenn ich zum Beispiel Seminare anbiete. Oder ich entwickle mich weiter, indem ich ein E-Book oder einen Videokurs rausbringe. Aber sei dir bewusst als Selbstständiger, du musst weiter wachsen. Du musst dich weiterentwickeln und das musst du deinem Partner klar machen. Dirk hat auch auf dem Seminar, war das letztes Mal, auch wieder gesagt, du kannst keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. Du kannst nicht nach vorne quasi dein Business vorantreiben und hinten quasi in der Beziehung kriegst du Feuer im Sinne von, mach das nicht oder du hast keine Zeit für mich. Deine Aufgabe ist es jetzt quasi in dem dritten Punkt, dafür zu sorgen, dass erstmal du das verinnerlichst und auch deine Partnerin und dein Partner verinnerlicht. Es ist gut für euch. Das ist für euch beide gut und ein Vorteil, wenn ich oder wir uns darum kümmern, dass die Selbstständigkeit weiter wächst. Das ist für uns beide gut. Denn Stillstand, glaub mir, bringt nur Probleme. Ich habe das schon mehrfach gemacht, als ich gesagt habe, so und jetzt ist erstmal zu. Jetzt ist das meine Maximalzahl an Kunden, die ich betreue. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es macht in deinem Kopf was. Du tust auf einmal nicht mehr die Dinge, die getan werden müssen, weil dein Unterbewusstsein versteht, ich bin jetzt angekommen. Reicht. Das ist richtig, richtig schlecht für dich. Und bitte sieh es mir nach, wenn ich da drauf so rumreite. Es ist einfach unglaublich wichtig. Und ich hoffe, du hast den Gedanken auch schon mal bei irgendjemand anderem da draußen gehört. Und dann ist es jetzt meine Aufgabe, dass du es nochmal hörst. Denn wie Dirk auch schon gesagt hat, kaum fünfmal gehört, schon habe ich es verstanden. Ja, das trifft bei mir ganz häufig zu. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Wir müssen wachsen als Unternehmer, als Selbstständiger, als Karrieremensch. Und hier, mal angenommen, du bist angestellt. Und du sagst, jetzt wurde ich schon dreimal befördert und jetzt bin ich hier, was sind wir denn dann? Keine Ahnung, stellvertretender Abteilungsleiter oder Abteilungsleiter. Und du sagst, naja, also die nächste Stufe wäre schon Regionalleiter, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Einerseits will ich sagen, wenn du auf irgendwas gar keinen Bock hast, dann mach es nicht. Tu die Dinge, die dich glücklich machen. Aber überleg dir, wie kann ich weiter wachsen? Und wenn es nicht die Position sein soll, wie kann ich weiter wachsen? Neue Aufgaben, andere Verantwortung, mehr Verantwortung. Glaub mir, ich bin nicht umsonst so ein Verfechter von persönlicher Entwicklung. Lebenslanges Lernen, denn das ist das, was uns langfristig glücklich macht. Wenn wir aufhören, die Menschen, die irgendwo in der Position angekommen sind, die werden unglücklich. Glaub mir. Natürlich nicht 100% der Menschen, aber der Großteil der Menschen, der stehen bleibt, wird unglücklich, unzufrieden. Und in Anführungsstrichen, man schläft innerlich ein. Und damit es dir gut geht, deiner Beziehung gut geht und deinem Business gut geht. Dafür war dieses Video da, um nochmal sich vor Augen zu führen. Ich muss weiter wachsen und ich muss es hinkriegen, dass mein Partner das auch versteht, dass es für uns gut ist. Und glaub mir, dein Partner oder deine Partnerin wird das verstehen, wenn du den Schritt 2 ordentlich machst. Und dafür sorgst, dass auch er oder sie all das bekommt, was er braucht. Ja, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, bei meiner Liebsten und mir, ganz am Anfang war mal so dieses Gespräch, ja. Und ich meine, du kommst ja schon toll vorwärts. Du musst ja jetzt auch nicht immer übertreiben oder sei mal zufrieden mit dem, was du schon geschafft hast. Und da muss ich auch ganz fairerweise sagen, das ist auch für dich wichtig. Sei zufrieden mit dem, mit was du geschafft hast. Aber sei niemals zufrieden. Sondern sei glücklich und zufrieden und mach dir das auch mal bewusst. Wow, ich habe schon das und das geschafft. Aber mach weiter. Such dir neue Herausforderungen. Such dir neue Wachstumsziele für dich als Persönlichkeit. Man sagt ja immer, dein Unternehmen wächst mit deiner Persönlichkeit. Und als ich das da mit meiner Liebsten besprochen habe, das ist wichtig, das ist gut für uns, weil, ja. Und übrigens, um nochmal darüber nachzudenken, was ist ihr da in dem Zusammenhang eigentlich wichtig, dann bediene ich das auch noch mit. Und keine Sorge, wir werden genug Zeit miteinander haben. Keine Ahnung, weil wir jeden Dienstag Pärchenabend machen. Oder, 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 oder. Verstehst du, was ich meine? Oder ich habe genug Zeit mit dem Kind, weil deinem Partner dazu wichtig ist, dass du Zeit mit den Kindern verbringst. Und das ist auch wichtig. Das will ich nochmal, gerade an alle meine Unternehmerfreunde hier. Verbringst halt mit euren Kindern, ja. Aber es ist ein anderes Thema. Genau, und sobald wir das wirklich durchgesprochen haben, jetzt ist meine Liebste diejenige, die sagt, oh, du hast schon alle Termine schon durch für heute und jetzt kommt abends noch ein Erstgespräch rein zu einer ganz unchristlichen Zeit, wo ich mir denke, boah, oh, fuck. Ja, und dann sagt jetzt mittlerweile meine Liebste, ja, nee, komm, Gas geben. Ja, du willst möglichst vielen Menschen helfen, also machst du auch zu der Zeit jetzt das Erstgespräch, wo ich mir denke, ich habe sehr gut gewählt. Ja, also, ich hoffe, dieses Video bringt dich weiter und mein Auf-dich-ein-reden hat in irgendeiner Form gewirkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen da und so viele Daumen wie möglich. Teil das Video mit Menschen, wo du sagst, das hilft dir. Hör dir das an, das hilft dir weiter. Und wenn du selbst noch einen Video-Wunsch hast zum Thema Mindset, zur Schnittstelle, also Beziehung und Karriere im Einklang oder ein generelles Beziehungsthema oder irgendwas, schreib es mir in die Kommentare. Ich schaue es mir an und entweder antworte ich in einem Kommentar, sobald ich Zeit finde, oder ich mache ein Video draus. Ansonsten danke ich dir wie immer für dein Vertrauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.